Schatz, sag mal, was macht dich eigentlich geil? Schatz, was mich so geil macht, ähm, da gibt es schon was. Sag doch. Wenn Männer auch mal stöhnen. Ich soll stöhnen? Ja, das machen nicht viele Männer. Okay, ach. Lauter. Ach. Noch lauter. Okay. Ah, ah, oh Gott. Ich glaube, ich bin doch lesbisch. Und deswegen stöhnen wir Männer nicht. Hallo, ja, ist hier die Polizei? Ich brauche dringend Hilfe.